Siehst du, was ich im rechten Arm habe, Lenz? Ja, das Schweißband von ICBOX. Da mussten ein paar organisiert. Ja, weil ich habe immer mit Schweißband gespielt, weil ich halt nicht hängenbleiben wollte an der Kante. Und man sieht auch, dass ich so noch ein Plastikpad damals gespielt habe. Die waren alle so klein, oder? War das mehr dafür? Ja. Du hast nie auf Hardware geschickt. Das waren auch diese SteelSeries Pads. So spielt man das jetzt nicht mehr. Die sind einfach schlechter geworden. Nee, und die werden schnell abgenutzt. Und die Stoffpads sind stärker geworden. Früher waren die nicht so gut. Ja, das stimmt. Die Stoffpads jetzt halten ja voll ewig. Und früher sind die auch schnell abgenutzt. Aber die TFT? Das war schon TFT. Das war 2011 tatsächlich schon. Weil Sonic neben mir ist. Und wir spielen anscheinend Tuscan. Sehr schlechtes Bild. Schlechte Entscheidung. In Kiew müsste das gewesen sein. Aboled? Nein, nicht Aboled. Das war IEM Europe in Kiew oder so. Irgendwie sowas. Aber da kriegst du auf jeden Fall schon ein paar Style-Punkte für die Frisur. Meinst du? Du hast das geändert. Was meinst du? 2011 war das? Der Bart macht auf jeden Fall vieles aus, Alter. 2011, ja. Das hat ich mich ziemlich molt. annon muit protein. Wir hören in die즈ketlern West Achter. Aus wir haben. Und